So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Ach, hab ich gute Laune, ist das wieder richtig toll. Guck mal, Dratinis CD im vollen Gange für alle, außer für mich. Ja, hab ich mir super gedacht, hab gedacht, Pupsi ist ja heute da. Da können wir ja vielleicht mal CD zusammen zocken mit ihrem Superhandy, was so super funktioniert. Und wir laufen draußen rum und machen einfach hier, fangen eine Stunde, machen diese Spezialaufgabe und alles. Und jedes Mal, wenn du auf Starten gehst, schließt sich einfach die YouTube-App und sagt, Fehler, geht nicht, keine Ahnung, irgendwas. Ach so, außerdem, jetzt hab ich hier komischerweise den Chat auf. Das ist der Chat, der gerade eigentlich im Stream laufen würde. Aber ich habe hier kein Button, wo ich den Stream starten kann am PC, logischerweise. Weil, das war ja ein mobiler Stream, den man am Handy startet. Ich möchte trotzdem ganz kurz wenigstens die Freundschaftsaufstiege festhalten, die es gab. Johnny Holiday, Hüberfreunde, damit die wenigstens angezeigt werden. X und du seid jetzt beste Freunde, das ist aber schön. Weiß ich nicht, wer das ist. Das ist auch komplett bescheuert von Niantic, richtig cool gemacht. Das war sonst nicht so. Pyrokoga, Hüberfreunde. Denn ich habe mir ein paar Leute markiert, mit denen ich möglichst schnell leveln wollte. Und habe da immer einen X dran gemacht. Und jetzt werden die einfach nur als X angezeigt. Anstatt man einfach den normalen Namen da hat und der Spitzname nur für mich ist. Nein, es zeigt nur die Spitznamen an. Super Lösung, dass ich jetzt einfach gar nicht weiß, wer es ist. T-Tomek auch hier, Hüberfreund. Ja, das müssen wir wieder wegschieben. Mein Ei läuft noch 15 Minuten. Hier, Winn, gute Freunde, Dankeschön dafür. X und du, seid Hüberfreunde. Wow, richtig genial. Für mich wird es auch wahrscheinlich kein C-Day geben. Noxa, beste Freunde, 200.000, weiß ich gar nicht, wer das ist. Ich nehme jetzt einfach mit einer Bildschirmaufnahme zu Hause am Rechner. Bin nämlich jetzt direkt wieder heimgegangen, weil ich die Nase voll habe. Nehme ich mit einer Bildschirmaufnahme jetzt einfach nur die Levelaufstiege auf. Lade das dann hoch. Dann könnt ihr euch die Levelaufstiege angucken. Und das war es. Kaiser Kai, Hüberfreunde, 100.000. Ich dachte, wir laufen wenigstens eine Stunde mit dem Stream draußen rum. 16 Uhr holen wir Hannes vom Bahnhof. Aber haben wir jetzt Zeit, bis Hannes zum Bahnhof kommt. Smoked Energy, beste Freunde. Und ich habe auch keinen Bock jetzt draußen rumzulaufen, sinnlos, wenn ich das nicht zeigen kann und nicht übertragen kann und mich blöd angucken lassen muss von jedem. Ohne, dass ihr seht, wie die gucken sozusagen. Mr. Hassini, beste Freunde. So, nehm mal mit. Wunderbar. Löschen und du, seid jetzt beste Freunde. Dann kann ich den ja auch gleich löschen, wenn ich den schon löschen soll. Grüße gehen raus übrigens an den Tobi nochmal. Der hat mir nämlich die 1-Euro-Forschung geschenkt und das Ticket gekauft. Danke dafür. Ricardo, beste Freunde. Normalerweise hätten wir in der 1-Stunde, wo wir draußen mit dem Handy unterwegs sind, live vor Ort, die 1-Euro-Forschung gelöst, die Levelaufstiege gemacht und ein paar Scheinis gefangen, um zu gucken, was kriegt man in der 1-Stunde. Das habe ich jetzt immer so gemacht, wenn Poopsie da war, dass wir 1-Stunde unser Ding gemacht haben. Rexi Hüber, Freunde. Beim letzten CD war Hannes und Genaya da, da haben wir die kompletten 3 Stunden draußen gestreamt und übertragen, wie wir rumlaufen. Und wenn heute Sonntag wäre und ich wäre alleine, dann hätte ich mich einfach hier reingesetzt und hätte von zu Hause aus hier gestreamt. 3 Stunden. Dann hätte ich auf jeden Fall mehr gehabt, als jetzt, wenn ich gar nicht streame. Und ich fange auch jetzt nicht an, nochmal einen Stream anzukündigen und nochmal alles einzurichten und nochmal hin und her. Nee. Denn das, was ich da habe, funktioniert ja nicht. Das andere weiß ich nicht. Ich habe das immer mit Poopsies Handy gemacht in letzter Zeit. Das war flüssig, das war stark, das hat gepasst. Aber ist halt so. Mein iPhone spinnt rum, ich kann die Dateien, die ich aufnehme, nicht mehr an den PC übertragen. Wenn ich jetzt schnell einen Community-Rage schneiden will oder so, funktioniert nicht mehr, das spielt verrückt. Bei Pokémon Schild, wenn wir ein Switch-Spiel zocken, seht ihr ja auch, die Kamera geht nicht mehr. Ihr könnt mich nicht mehr sehen, spielt auch verrückt. Alles hängt irgendwo am PC, denkt man. Aber dass jetzt selbst die YouTube-App auf dem Handy spinnt, was nichts mit dem PC zu tun hat, das setzt dem Ganzen wirklich die Krone auf, dass in jedem Bereich überall einfach nur es Baustellen gibt. Jetzt gehen wir mal auf Interaktionsfähig. Oder nee, wir gehen nicht auf Interaktionsfähig. Ich gehe mit euch einfach mal so kurz durch, das sehen wir nämlich, wer hat denn überhaupt heute interagiert und ist Best Friend geworden. Vielleicht sehen wir ja dann auch die Leute, die aufgestiegen sind, aber Löschen heißen oder X heißen. Das seht ihr auch, wie viele beste Freunde ich habe mittlerweile. So, wen haben wir jetzt hier? Daniel Schilling ist aufgestiegen zu besten Freunden Noxa, Mr. Hassini, Neko. Ja gut, war schon alt. Hier, Pokeplayer löschen ist aufgestiegen. Riccardo ist aufgestiegen. Smoke Energy ist aufgestiegen. Hier ist ein RD. Ist das ein Tag? Das ist ein Tag. Das heißt, den RD mache ich jetzt selber auf. Eins. Dann machen wir Vreveros noch selber auf. Das scheint nämlich auch noch dazu zu gehören. Ja. Saschmon dürfte nicht mehr passen, kommt ja nach W. Da sind zwei Tage. Also JD Vreveros. Jetzt gehen wir mal runter. Wo sind die Dreier, die frisch geworden sind und der Rest? Da stand schon Johnny Holiday. Johnny Holiday ist aufgegangen, beziehungsweise hier oben fängt es an. Rexy, Hüberfreund. Cookie, Hüberfreund. Johnny Holiday, Kaiser Kai, Pyrokoga. T-Tomek. Eberhard Schmidt können wir aufmachen. So. Den Kippen 18 können wir aufmachen für Hüberfreunde. Monolog können wir wahrscheinlich aufmachen für Hüberfreunde. Lecci hat mal was gewonnen. Macht seitdem nicht mehr auf. Das waren auch die Hüberfreunde. Jetzt können wir noch nach die Zweier gucken. Ramses Curry. Cowboy Injus. ist Superfreund geworden. Hier haben wir noch Gelber Deadpool drin. Den wir mal öffnen. Hier haben wir noch Salvast drin. Den wir mal öffnen. Und dann sind wir auch schon wieder beim S. Das heißt, Fisch geht nicht mehr rein. Und von den unteren Blue Bizzle öffnet schon seit zwei Jahren nicht, gefühlt. Den habe ich erst seit drei Tagen drin. Sir Sir Wollmaus können wir aufmachen. Und dann haben wir den nämlich auch. So, die Wollmaus. Maus! Es hängt. Jetzt reicht es aber. Jetzt werfe ich es an die Wand. Spaß. Jetzt habe ich das Geschenk aufgemacht von Sir Sir Wollmaus und bin immer noch Stufe 0. Da haben sie schon wieder die Bugs eingeschlichen. Need Cam Fire. Wieso geht das jetzt nicht? Jetzt gehe ich extra nochmal raus. Drehe das nochmal rum. Das Geschenk ist einfach weg. Er hat eins von mir. Wir sind immer noch Stufe 0. Oh Mann! Ja, ich muss auf jeden Fall die restlichen Levelaufstiege jetzt hier noch durchlaufen lassen, die ich gerade geöffnet habe. Ich hoffe, ihr habt schön alle aufgemacht. Hier, Rd, beste Freunde. Yo, yo, yo. Ich muss eh mal wieder aufräumen. Gerade die, wo ich gar nicht weiß, wer die sind. Reros 2.000 Freeros 2.000 Eberhard Schmidt 100.000 Kippen 18.000 100.000 Das heißt, den Daniel Schilling hat es leider gar nicht angezeigt. Ich hoffe, der hat auch bei sich drin. Damit ist es auch mal Fame wert, ne? Monolog über Freunde. Leider stand nur X da. X da, X da. Gelber Deadpool. Super, Freunde. Wunderbar, wunderbar. Joa. Salvast 20.000 Normal wäre der Dratiniside ja eh nicht so wichtig. Ich habe meine 100er Armee zusammen. Ich habe meine 50er Armee zusammen. Ich habe genügend Shinies. Den Dratiniside gab es ja an sich schon mal hin und her. Genügend Drachenevents. Ich wollte den echt einfach nur spielen, weil Pupsi da ist. Weil wir zusammen einfach durch die Stadt gezogen wären. Und überhaupt und bla bla bla. Jetzt war es mir gerade aber eigentlich wichtig, dass ihr die Levelaufstiege seht. Jetzt hier sitzen und weiter. Das macht keinen Sinn. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir dann einfach halt einkaufen schon mal. Und Sachen zubereiten. Weil heute Abend kommt ja auch Wrestling. Nicht nur Smackdown, sondern auch die Großveranstaltung. Also 5 oder 6 Stunden Wrestling am Stück. Das wird krass. Und mit Hannes zusammen. Euch kann ich aber auch mal die Aufgabe zeigen, die es hier gibt. Mit dem 1€ Ticket. Adi wird es auch nochmal kurz Hallo sagen, damit die Leute dich noch sehen. Wurden schon gefragt, ob es dem Adi gut geht, weil man den nicht mehr sieht. So. Was ist das? Nix. Wir müssen auf Spezial. Tratini. Community Day Classic. 1 von 4. Wieder 4 Seiten. Dankeschön Tobi. Wie gesagt, dafür. Ähm. Rauch und Staub. Verwend 10 Power-Ups. Fange 15 Tratini. Lande 5 gute Würfe. Wer die Forschung hat, macht die Forschung. Denkt dran, das ist wichtig. Ich kann für euch ganz kurz nochmal hier einen Shiny Check machen. Bei den Tratinis, die hier sitzen. Das ist keins. Das ist bestimmt dasselbe nochmal. Ne, ist ein anderes. Also es ist ein Tratini, aber ich meine Shiny Check. Es ist kein Shiny. So. Hier. Das ist auch keins. Und pass auf. Eins haben wir noch. Wie kann bitteschön The Amazing Shot. Denn jetzt Dragoran-Raids machen. Sind die Leute denn bekloppt? Da sitzen überall Tratinis. Und er raidet einfach einen Dragoran. Ich kann es nicht nachvollziehen. Danke dafür. So. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Guck mal. Ice Scorpions hat gewartet. Markus Schiefer hat gewartet. Sarina. Baloo. XXL Gamer. Sören. Tief und Scharf. Reike. Jena. Servus. Habe die Ehre. Patsch. Jan Tobias. Voll traurig. Tut mir leid Tobi. Katsching. Alles. Ich weiß. Ich weiß wie gesagt wirklich nicht woran es liegt. Ich hätte es euch nochmal zeigen können. Hier auf diesem Handy. Ich zeige euch das jetzt hier im Dings. Ich gehe auf YouTube. Auf die YouTube App. Ja. Ich habe hier meinen Plus hier unten stehen. Wo ich auswählen kann. Okay. Ich möchte eine Livestream starten. Wenn ich auf Livestream starten gehe. Kann ich einen neuen erstellen. Oder ich habe hier oben das. Wenn ich einen vorbereitet habe. Ich gehe also hier oben rauf. Dass ich einen vorbereitet habe. Es zeigt mir. Ach du hast so einen schönen Stream vorbereitet. Ramse. Ich sage ja. Ich gehe da drauf. Und dann hast du hier einfach schön dieses Bild. Okay. Der ist geplant. 14 Uhr. 5. November. 13 Leute warten immer noch. Du wählst noch Hochformat aus. Und dann steht da dieser Button. Livestream starten. Da drücke ich drauf. Und normalerweise geht es dann los. Und was macht es? Es geht einfach auf die YouTube Startseite. Noch nie gesehen. Noch nie erlebt. Ich weiß es nicht. Es geht einfach auf die Startseite. Ich kann den Stream nicht starten. Dabei wollte ich jetzt eine Stunde. Wie oft wirst du es denn noch sagen? Ich weiß es nicht. Ich sage gar nichts mehr. Ich mache noch einen Rauch an. Das lasse ich mir nicht nehmen. So. Rauch noch an. Bitte schön. Ansonsten. Schön wenn wir jetzt aufgestiegen sind. Denkt an eure Levelaufstiege. Viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out for Haut. Euer Ramse.